Na alle zusammen, mich hier ist wieder euer Chiller und tschau ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich schon auf einem Twink hier auf Draenor. Ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeloggt seit längerem mal wieder und wollte mal gucken auf den einen oder anderen Server, was so an Items drin ist, die vielleicht günstig sind. Und jetzt hatte ich entdeckt, dass ich auf dem Chart tatsächlich sogar noch ein bisschen Gold rumliegen habe, fast eine halbe Million und da sind auch ein paar Items drin. Ich dachte mir, jetzt pack mal das mit in ein Video rein. Ich hatte jetzt die Tage schon immer mal einzelne Sachen ausgegeben, die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich für meine Berufssachen ein bisschen was ausgegeben. Relativ kleine Beträge, das sind jetzt immer hier in Tausender, also hier für Inji 9K, für VZ 5K, für UWIR 1000. Ist jetzt nicht sonderlich viel. Dann habe ich 54K für die Garnision ausgegeben. Und zwar musste ich ein paar Garnisionen quasi upgraden. Hat den Hintergrund, mir hat da noch ein Titel gefehlt. Und zwar gibt es da so einen Titel, wenn man quasi diese Warlords of Draenor Arena gewinnt, wenn man dieses Gladiatorgebäude auf 3 hat, kann man sich da anmelden. Und ich habe das mit mehreren Charts gemacht. Ich glaube mit 4 Charts habe ich meine Garnision von 0 aufbauen müssen, um dementsprechend dann dort anzumelden, weil da brauchst du eine gewisse Anzahl der Leute, dass diese Arena-World aufgeht. Und dann habe ich mir ein paar Charts geschnappt, die Garnisionen halt freigespielt. Das ging relativ schnell, aber man braucht dann halt ein bisschen was an Gold, um zum einen die Garnisionen halt abzugraden, als auch das Gebäude abzugraden, in die Rezepte zu kaufen. Ich habe dann so Ogre-Vorräte mir auch noch geholt, um die Garnisionsressourcen zu haben, weil die hast du ja auch nicht, wenn du die quasi frisch aufgebaut hast. Und ja, das hat dann bei den 4 Charts uns dann 54.000 gekostet, alles zusammen. Und ja, mein Titel habe ich übrigens gekriegt, hat soweit ganz gut geklappt. Dann habe ich ein bisschen was ausgegeben für Speedgear von meinen Twings. Ich habe hier insgesamt 4 Charts für alle 4 Rüstungsklassen, wo ich mir ein bisschen Speedgear zusammengebastelt habe. Das meiste musste ich mir erfahren. Ein paar Sachen konnte ich mir aber auch herstellen lassen, weil auf anderen Servern, unter anderem auf Ereda, habe ich halt selber keinen Craft-Char, der hier die Shadowlands-Speed-Sachen craften kann. Und dann musste ich ein bisschen Gold in die Hand nehmen. Auch was Verzauberungen angeht und Sockel und so Zeugel. Dann habe ich mir ein paar Items gekauft. Und zwar mumifizierte Pfote, das war ein Wattle World Drop. Den habe ich mir geholt. Dann habe ich mir ein Mondheldes Katana geholt. Das ist auch ein Wattle World Drop. Irgendwie waren da jetzt auf verschiedenen Servern auf einmal einige drin. Wenn dann plötzlich die Drop-Chance erhöht oder es ist nur Zufall. Normalerweise sind diese Wattle World Drops ähnlich teuer wie removede Sachen, weil die so selten sind. Wenn du die unter 100k kriegst, ist eigentlich ein No-Brainer sofort zuschlagen. Dann habe ich mir zwei Items aus Eternal Palace HC gekauft. Solange die unter 50k drin ist, kaufe ich mir eigentlich die ganzen Sachen, die mir noch fehlen. Es sind nämlich nicht mehr sonderlich viele. Wer jetzt meine Videoreihen hier nicht kennt, ich habe da auch eine Liste, wo ich dann hier die ganzen Sachen drin habe. Und hier sieht man jetzt eigentlich bis hier runter, sind es die ganzen Sachen, die noch im Game sind. Hier unten sind noch ein paar removede Sachen drin, aber die, die noch im Game sind, sind jetzt aktuell 61 insgesamt. Und wenn ich da eins von denen finde, dann schlage ich dazu, weil das alles halt sehr seltene Sachen sind. Also dementsprechend bin ich da sofort dabei. Gut, also genau die habe ich mir noch gekauft gehabt. Dann habe ich noch einen Wattle World Drop gefunden. Und ja, ich glaube, es fehlt jetzt tatsächlich nur noch ein einziges Teil von diesen Wattle World Drops. Dann habe ich tatsächlich alle. Und dann hatte ich noch ein removedes Teil gefunden. Lord Scarra ist irgendwas Zepter. Und das war jetzt hier für 164k drin. Das ist ein bisschen teurer gewesen. Aber wie gesagt, ist ein removedes Item. Und dafür gebe ich dann bis zu 200.000 aus. Insgesamt haben wir bis jetzt rausgehauen, ein bisschen über eine halbe Million, 534.000. Und jetzt, wie gesagt, habe ich auf diesem Black, ne, was war das hier? Draenor, genau, in der englischen Server. Habe ich gesehen, dass ich noch ein bisschen Gold auf diesem Testchar rumliegen habe. Und da waren auch ein paar nette Sachen drin. Unter anderem, oh, 30k, ne, haben wir hier. Da muss ich bloß immer gucken, wenn es ein Level 70er Item ist, dann darf ich das nicht kaufen. Jetzt machen wir mal Maximum Stufe 60 rein. Weil ich kann mir nur Testchars erstellen, die auf Stufe 60 sind. Denn wenn es 70 ist, dann kann ich mir das zwar kaufen, aber nicht lernen. Und ich werde mir hier sicher keinen Schar extra hochspielen auf dem Server, ne. Also deswegen machen wir da jetzt mal sicherheitsweise das rein. Also was ich mir kaufen werde, ist jetzt erstmal hier aus dem Mausoleum. Im Normal, das Item. Das ist eine Hose. Okay. Dann, ähm, haben wir als nächstes Eternal Palace. Das ist aus dem Normal. Ah, die gleichen hatte ich vorher schon gekauft. Das können wir uns auch kaufen. 40k. Dann haben wir hier nochmal aus dem Mausoleum. NHC für 50k ein Item. Und zwar, was ist das? Das sind Schultern. Die kaufen wir uns auch. Und dann, ähm, gut, die sind jetzt hier teurer. Das kostet 66k. 60k, ja gut, das sind alles teurere Sachen. Also bis 50k, wie gesagt, will ich es kaufen. Und dann haben wir hier den letzten Wattel Word Drop. Und ich habe auch schon geguckt, der ist hier relativ günstig auf dem Server. Im Vergleich zu anderen Servern, ähm, 117.000, den würde ich tatsächlich hier auch kaufen. Jetzt gucken wir mal noch die anderen Sachen an. Ja, hier, 200.000 für die Removeden. Das würde ich nicht ausgeben. Aber das hier, das würde ich tatsächlich auch noch mitnehmen. So, jetzt nehmen wir sie mal alle raus. Und dann können wir sie auch mal mit eintragen. So, das sind jetzt die vier Dinger. Und da muss ich jetzt gucken. Ja gut, da muss ich mir nochmal ein paar, äh, Chars quasi erstellen. Äh, um dementsprechend die alle lernen zu können. Aber jetzt tragen wir sie erstmal ein und danach lernen wir sie, hätte ich gesagt. Also, was haben wir ausgegeben? Die Hosen haben hier 30k gekostet. 30k und die sind jetzt einmal aus dem Mausoleum. Normal. So. Sobald alles passt. Ah ja, okay. Also. AC. Gut, dann haben wir das Item hier. Das hat mich, wie viel gekostet? Das hat, ähm, 40k. Das ist einmal aus Eternal Palace. Auch ein Normal. Dann hat sie. Okay. Dann haben wir den Schinken hier. Das war aus dem Mausoleum auch. Ah ne, das ist Mythic. Okay. Mode. Für 50k. Mythic. Und dann haben wir noch das letzte von den... Ich meine, das war das letzte von den Wattel, ähm, Items, die mir gefehlt haben. Und zwar habe ich sie dann tatsächlich alle. Dann fehlt mir, glaube ich, nur aus WOD 100. 117k. Halt, stopp. Jetzt habe ich das falsch eingetragen. Das ist... The Lich King World Drop. Okay. Gut, dann habe ich sie alle eingetragen einmal. Also 30k, 40k, 50k und 117. Und dann sind wir jetzt insgesamt bei 771. Und dann gucke ich mir jetzt mal noch auf ein paar Servern um. Beziehungsweise erstelle mir jetzt mal ein paar Test-Charts, um die ganzen Items hier lernen zu können. Okay. Dann habe ich jetzt hier aufs Shrall noch ein Item gefunden. Und zwar hier aus dem Mausoleum. Für 50.000. Das ist einmal ein Stoffteil. Ich würde sagen, das kaufen wir uns jetzt hier mal. Und dann muss ich mal gucken. Tragen wir das noch mit in die Tabelle ein. Ich glaube, mit 278er Item Level müsste es sogar aus dem Fated Raid sein, oder? Wenn ich mich da recht erinnere. So, jetzt gucken wir mal also hier. Und dann 50k. Dann sind wir jetzt insgesamt bei 821. Und das können wir auch gleich noch einmal rausschmeißen. Und jetzt schauen wir noch mal nach. Ne, das ist aus Mythic Modus. Okay, da hatte ich mich verguckt. Gut. Dann haben wir hier einmal noch die Liste. Und zwar schauen wir gleich mal, dass wir das einmal finden. So, da haben wir es. Und zwar... Ah, dann habe ich sogar das Item in allen Schwierigkeitsstufen. Können wir die komplette Liste rausschmeißen. So, weg damit. Und dann werden es wieder ein paar weniger. Naja, so langsam aber sicher. Kriege ich die Items so alle raus. Gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt noch ein paar anderen Servern was finden. So langsam, ne. Kriegen wir ja die Millionen zusammen, die ich immer so ausgeben will pro Folge quasi. Und ja, dann schauen wir mal. So, udala. Dann geht es jetzt hier in die F weiter. Und zwar ist mittlerweile der Patch 10.1 raus. Und ich will meine Erbstücke ein bisschen upgraden. Heißt, da werden wir einiges an Gold jetzt gleich noch verwenden müssen. Und zusätzlich habe ich auch schon ein bisschen was in den Patch ausgegeben. Unter anderem habe ich jetzt noch 10k für klickende Scheren ausgegeben. Das ist so ein Item, wo du dich in so einen Makura verwandeln kannst. Und dann kann man damit so ein Achievement machen in der neuen Höhle, Zaraleck-Höhle. Das hier ist das Höhen-Schreierei. Da habe ich auch schon ein Video zu gebastelt. Und ja, da habe ich quasi ein bisschen Gold rein investiert, dass ich die Scheren sofort hatte. Juti, jetzt sind wir hier in SW, hatte ich fast gesagt, in die F. Und dort können wir jetzt ein neues Upgrade-Item kaufen. Das sind die zwei. Das ist einmal quasi für unsere Gear-Teile und einmal für die Waffen. Das für die Waffen kostet 750 und für die Gear-Teile 50. Mir sagt all the things jetzt, dass ich das 75 Mal brauche und das hier 19 Mal. Wir tun uns da einfach mal blind glauben. Ah, Moment, jetzt muss ich das umschalten. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich nicht das Falsche kaufe. So kann ich nämlich ein paar mehr holen. Ah, dann ist das jetzt hier alphabetisch geordnet. Das ist natürlich kacke. Okay, ähm, mal hier 19. Also davon, das ist das Richtige. Ja, das brauche ich 19 Mal. Das wären schon mal 142.500. Das machen wir jetzt mal. Okay, und von dem anderen. Einiges, okay. Und damit kann ich jetzt hier die Sachen upgraden. Jetzt schauen wir mal. Die Waffen sind irgendwo hinten. Hier haben wir die. Ach, das castet jedes Mal. Das ist ja nervig. Okay, dann gehen sie halt jetzt bis auf 69, ne? Und vom Item-Level her sind die jetzt 329, ne? Auf Max-Level. Na gut, da hätte Blizzard eigentlich schon 350, 360 machen können, aber okay. Naja, gut. Heißt, jetzt habe ich hier diese Waffendinger. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Schilde sind anscheinend. Ne, das sind anscheinend, werden nicht als Waffen gewertet. Da brauchst du wahrscheinlich die Gear-Teile. Was ja prinzipiell besser ist, weil die günstiger sind, ne? Schauen wir mal, ob das mit den Waffen schon mal hinhaut. Mit den 19. Sieht aber relativ gut aus. Weil ich habe hier auch noch die Garrosh-Waffe, ne? Die hat man ja damals in S.O.O., also Schlacht um Okryma, bekommen. Und da gibt es ja auch noch ein paar andere theoretisch, ne? Das ist, glaube ich, alle möglichen Waffenarten einmal. Aber ich habe leider nur die Waffe. Dementsprechend, ja, ein bisschen schade, aber zumindest habe ich eine. Und die habe ich aus Mythic-Modus, ne? Also die ist schon mal noch ein bisschen... Seht ihr, die hat... Aber die Nnedi hat sogar ein niedrigeres Item-Level. Doch, ne, die hat ein höheres Item-Level. Nevermind. 3,29. 3,32. Also die ist sogar ein bisschen höher, weil sie mythisch ist. Ah, guckt mal. Das hat sogar nicht mal einberechnet, ne? Jetzt habe ich nämlich sogar zwei zu wenig. Okay, also All the Things zeigt das anscheinend auch nicht richtig an. Hier, die beiden sind noch nicht... Ah, ne, doch. Es hat nur die eine, die Garros-Waffe hat es anscheinend nicht gezählt. Okay, dann muss ich da jetzt noch eine kaufen. Heißt, wo waren wir? Hier. Oder habe ich nur 18 gekauft? Ich habe aber 19 eingegeben, ne? Habt ihr gesehen? Gut, egal. So, okay. Dann hätten wir das auch. Und jetzt muss ich von dem anderen 75 Dinger kaufen. Also das wird jetzt richtig teuer. Ähm... Die Speer-Karten habe ich zum Glück schon alle. Ja. 5K. Hier, eins von denen müsste es sein, oder? Nein. Nein. Das hier. Ah, das ist es. Schauen wir nochmal. Ja, das ist es. Also, und hier brauche ich 75. Das kostet... Ah, 365.000. Ah, das tut weh. Das tut weh. Ja, jetzt wisst ihr, wie ihr Gold loswerdet. Glück habe ich hier das Trade-Skill-Master-Ding drauf. Add-on. Und dann kann ich das so rüber machen. Sonst müsste ich das alles manuell einmal klicken. Da hätte ich jetzt nicht ganz so viel Bock drauf. Gut. Ich sage es jetzt, sagen wir mal so, für die Aufnahme. Ähm... Cutten wir das jetzt mal an der Stelle. Ich tue die jetzt mal alle upgraden und dann schauen wir uns das Endergebnis an, ob das gereicht hat. So, dolla. Jetzt bin ich durch. Habe alles geupgradet. Seht ihr, sind jetzt alle auf 69 hier. Die Teile. Und ja, was hat mich das Ganze gekostet? Ich habe jetzt ausgegeben 550.000. Also eine relativ schöne glatte Zahl. Ähm... Kann natürlich sein, dass das bei euch ein bisschen mehr oder weniger ist. Je nachdem, wie viele Items ihr da drin habt. Ich habe quasi genau 100 Items zum Upgraden. Ähm... Da, ich habe halt eine von diesen MOP-Waffen, ne. Habe auch diese Trinkets. Sind es, glaube ich, aus WOD, die man damals kriegen konnte, die man jetzt nicht mehr kriegen kann. Also, je nachdem, ne, wenn ihr, ähm, dementsprechend ein paar weniger von den Teilen habt, zahlt ihr halt auch weniger, ne. Ich habe auch diese, ähm, Trinket-Geschichten, die man über diese Kisten bekommt, ne. Sowohl im Schlingendorntal in der Guribasche Arena als auch im Dukle-Mod-Jahrmarkt. Die hat ja vielleicht auch nicht jeder. Genau. Soweit so gut. Jetzt würde ich sagen, tragen wir es noch in die Tabelle ein. Die 550K. Das war jetzt hier für das Erbstück-Gier. Und dann sind wir am Ende jetzt bei 1.381.000, die ich rausgehauen habe. Ja, war jetzt wieder einiges. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten WS-Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.